ja hallo herzlich willkommen auf meinem kanal kartenlegen was geht wie geht es ja wie der name schon sagt was erwartet sich hier informationen darüber was kann man mit kartenlegen machen wozu ist kartenlegen da es ist nämlich nicht die reine zukunfts vorher sage sondern es ist ganz viel mehr als es beratung ist es coaching das ist impulse geben und genau das findest du auf dem kanal hier das heißt ich werde ein bisschen was über die leine karten erzählen du findest kurzlegungen die du selber auch nachlegen kann es gibt informationen über die einzelnen karten es gibt aber auch wochen impulse für dich persönlich es gibt tages impulse ich werde auch andere orakel kartendecks vorstellen mit denen ich arbeite und ein bisschen was über meine arbeit erzählt also wenn du interesse an den leine karten vor allen dingen hast wenn du wissen willst was man damit machen kann wie man damit arbeitet dann abonniere meinen kanal gerne sei dabei klick auch noch auf die glocke dann wirst du immer informiert sobald ein neues video da ist ich versuche die videos immer zweimal die woche zu machen wenn es geht mittwoch und sonntag und ja schau einfach vorbei ich freue mich drauf bis dann tschüss